Heber! Fuck! Jetzt regen sie mal ein bisschen. Es regnet nicht immer noch. Wir warten die ganze Nacht, wenn es sein muss. Grüß euch Gott! Servus! Heute zu einer neuen Episode Skill-Mode. Genau, cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute steht auf dem Plan Game of Stick. Genau. Wir sind jetzt beim ersten Spot beim Parcourspark in Innsbruck. Und die Regeln zu dem ganzen Spiel erklärt der Stefan jetzt. Okay, die Regeln zu dem ganzen Spiel schauen so aus. Vielleicht kennen sie von euch schon ein paar. Wenn jemand einen Stick vorzeigt und er es schafft, muss er den anderen nachmachen. Wenn er es nicht schafft, kriegt er einen Buchstaben. Und wenn das ganze Boot zu dick voll ist bei jemandem, dann hat er verloren. Jawohl. Nach einem kleinen Warm-Up startet der Stefan jetzt mit. Heißt du die Challenge? Stride, stride. Und nachher Pree da oben. Du Arsch, du. Das tickt den ersten Gleis. Oeeeeee! Da geht's schon in den ersten Buchstaben. Erster Buchstaben, Alter. Im ersten Game. 1-0 hinten Schuchbandel binden, oder? Du bist dran. Genau. Outstanding Pree, der was riesig ist. Ich glaube, der geht nicht mal. Ja, das wird's grad so dumm. Ich weiß, das braucht mir keiner sagen. Kenn ich mich schon aus. Nächste Challenge. Stride, stride und zum Schluss eine Brezi. Schauen wir mal, ob's geht. Jawohl. Jawohl. Das ist gar nicht so riesig am Holz. Und ich bin wieder dran. Vom Asphalt weg rumlaufen. Da einen Schritt drauf. Und da hinten dreht sich. Jetzt fällt alles First Try. Deswegen geht uns halt manchmal eine Challenge, wo man sich denkt, den kannst du easy. Dann geht uns dann einfach nicht an. Ja, weil wir haben das genau noch nicht einmal gemacht heute. Ja. Oiiiiiii. Okay, wir müssen aber glaube ich ein bisschen das Areal wechseln. Weil es ist ziemlich heavy zum First Try Sticken da. Areal wechseln. Drei, zwei, eins. Ja, fünf, sechs. Und da sind wir wieder. Nächste Location. Fünf Meter nebenbei. Da hinten sind die Holzteile. Jetzt sind wir im Parcours Park. Jetzt sind wir umgebeimt mit der Transition. Stride. Stride. Three. No. Aber fast, Alter. Aber das heißt, ich bin wieder drohend. Ich muss den Scheiß nicht nachmachen. Schade. So der Stang. Obershoot. Obershoot. Ah, heute läuft es nicht. Ah. Fuck, jetzt ist es wieder gefährlich für mich. Weil ich habe noch gar nichts zusammengebracht in der Folge bis jetzt. Du machst deinen Namen an Leere. Seid nicht beliebt. Ah, es war jetzt so schief. Den kostet nicht zu im Wasser. Ja, der ist echt grenzwertig. Schreibt es in die Kommentare, wie geschissen der war. Das ist einfach unter aller Sau. Haha. Okay, nächste Challenge von Philipp. Fuck, das ist ja. Erster Stick vom Tag. Wuhuuu. Entschuldigung. Nein. Nein, das war so krass. Ja. Ja. Baki hat einen Buchstaben gegönnt. Beten. Beten heißt es. Ja, ich bin. Ja, du bist. Von da, der Standing auf die Öste. Stange. Ja, Gott sei Dank, Alter. Der hat mir in die Hosen geschissen. Challenge. Ich bin wieder dran. Mit einem Laché Brezi drauf. Bitte vergackst du. Wow. Nice. Scheiße. Wuhuuu. Wuhuuu. Das ist der erste Buchstabe. Ich glaube, das ist das S. S für sauschlecht. Wir bleiben bei dem Spot. Wir machen von da an den Anlauf. Wir machen von da an den Anlauf. Wir machen von da an den Anlauf. Komm. Dreh sich. Nein. Alter. Overshooted. Scheiße. Wie bitter. Nächste Challenge ist ein massiver Standing Prix. Weil das hat ja schon so gut angefangen. Dazu führe ich das Game gleich sofort. Ja, jetzt geht's. Warte, warte, warte. Nicht was, Alter. Jetzt das. Ja, mach's mal. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht noch so. Jawohl. Jawohl. Die Challenge bändet auch. Ah. Psst. 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 Wenn das Kind das nass gemacht hat, probieren wir das Ganze jetzt eine halbe Stunde später. Bevor es den Regen nass macht, was da hinten rein schaut. Da kommt das Schwarz daher. No. No. Oida. Oida. Alter, war das am Limit. Jetzt geht aber ein Buchstaben. Oh mein Gott, das ist dir eh bewusst. Ah. Ah. Juhu. Scheiße. Schwingen, umdrehen, wieder einfangen. Und dann da da im Stick. Das gibt's nicht, Alter. Wie knapp waren die letzten drei Challenges? So da. Jetzt regnen sie mal ein bisschen. Wir müssen wahrscheinlich warten, bis das Ganze vorbeizieht. Und dann sehen wir, ob das heute noch weitergeht. Es regnet immer noch. Regen Update. Es ist alles ziemlich nass. Genau. Aber für euch warten wir einfach jetzt, bis das Regnen auch hört. Ja. Und dann, sobald's Regnen auch hört, starten wir wieder durch. Ja. Wir warten die ganze Nacht, wenn es sein muss. Ja, wenn's gerade alle weißer Schnee gehen. Das war ein Traum, gell. Machen wir weiter, oder? Ja. Geht los. Auf geht's. Okay, neuer Tag, neuer Spot. Wir sind jetzt hier in der Bäraufsiedlung. Und ich starte gleich mit der nächsten Challenge wieder. Jawoll. Zu wenig. Schade. Okay, der Kampri. Hier anlaufen. Da drüben Brizzi. Na du Sah. Schaut schlecht für mich aus. Solide. Nice. Der ist so kurz. Du bist nicht da dran. Na. Na die Sau. Bist du nicht, oder was? Nein, ich weiß nicht. Oder wer, musst du passen? Nein. Wie viel steht's noch jetzt eigentlich? Jetzt steht's... Ja, ich nehme einen Buchstaben. Ja, ich nehme einen Buchstaben. Das ist mir mein Enkel nicht. Ich bin relativ schlecht auf einem Fuß. Ja. Das passt schon. Ähm. Ich habe jetzt SDI. Du hast SD. Passt. Ja, mir wird das da schon wieder ein bisschen zu brenzlig. Das heißt, wir wechseln wieder mal Location. SDI. Ja, Gott sei Dank. Running Pre von dort da hinten zwischen die Blattlinie. Ich weiß nicht, was du machst. Alles ok? Ja, falsch! Du hast nichts ohne. Das ist STIC für mich. Ja, ich brauche nur noch das K. Ja. Du hast jetzt bei der nächsten Challenge zwei Versuche und sonst bist du out of the game. Wie findest du das? Bei Talia. So, ich gebe wieder vor, ich bin ziemlich am grenzwertigen Bereich mit STIC. Und jetzt machen wir wieder ein Standing Queen. Scheiße! Den mag ich jetzt gar nicht machen. Nein! Das gibt's nicht! S-T-I-S-T-I-S-T-I-S Ich mache jetzt den Lome. Ja, meine Fresse, dann du. Du musst ihn jetzt erst sticken. Geht schon da hin. Fuck. Jetzt muss ich liefern. Fuck, jetzt muss ich liefern, Mann. Das wird mir jetzt erst alles bewusst. Ja, jetzt musst du nächstes Mal sticken. No! Sauber! Under pressure! Cool. Danke. Okay, Jungs und Mädels. Kann ich nicht mehr machen. Kann ich nicht mehr machen? Ja, das fühlt sich wenig. Scheiße! Ich habe gemeint, das ist wenig. Ja, aber es ist irgendwie gegangen. Boah! Boah, saved! Boah, so am Limit. Boah! Saubermann. Boah! Du hast also gesetzt. Stride, stride. Und da dann Pri. Schauen wir uns das Ganze an. Fuck! Fuck! Jetzt hat er mich so bei die Eier, egal. Ich hasse Strides. Ich komme aus einem Stride aus, als wir. Ich will ja pushen. Ja! 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 Ich mag ihn nur. Zum Schluss haben wir immer zwei Versuche, weißt es. Bitte, lass uns umsehen. Jawohl. Okay, kleiner Locationwechsel wieder. Wir sind jetzt an einem Skatepark. Und hoffentlich können wir da das Game vielleicht beenden. Ja, ich hoffe, ich beende es. Es liegt gern Stefan. Vielleicht hol ich es noch auf. Okay, nächste Challenge. Glib macht Anlauf, einen Schritt auf der, landen da. Ja! Jawohl! Danke, Herrgott! Von da anläufe, Absprung und nachher da auf die Stange. Na! Na! Fuck! Na! Wir müssen uns eigentlich fast tönen lassen, aber es ist halt einfach official, kein Stick. Nein! Nein! Ich glaube, den kommen zu lassen. Alter! Jetzt tut es alles gleich, gell? S, D, I, T. Hey, kötüyelek! ca Nie. Jetzt ist es vorbei. Jawohl. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh, alles richtig. Und versuchen. Alter, mal pumpen wir. Der ist nicht ohne. Ach, gelegst wir ja da. Jawoll! Und da ist es! Ich hab nicht so schlecht gewesen, aber ich hab einfach Schiss gekriegt. Jawoll. Ich weiß, jetzt hab ich so gut aufgeholt. Ohne Scheiße, ich hab dich überrascht, Stefan. Vielleicht hab ich dich alleine zappeln lassen. Ja, das ist doch geil. Ja, sicher. Ja, geil. Feiner Tag. Feiner Tag gewesen. Wenigstens hat es heute nicht geschifft. Genau. Ich würde sagen, das war's mit der Episode von Skillmode, oder? Genau. Game of Stick. Der Stefan hat gewungen. Ich hab verloren. War ein gutes Match. Ja, war. Solide. Muss ich sagen, ich bin... Wieder mal eine geile Session. Ich bin stolz auf mich. Weil Stefan ist ja auch nicht irgendein Spacko, nicht? Ja. Falls ich irgendeine Bestrafung machen soll oder so. Genau. Schreib's mir in die Kommentare. Vielleicht vor dir kann's lustig sein. Wo ich nicht stirb oder so. Genau. Hauptsache nicht sterben. Sonst schreib's jeden Gack rein. Genau. Und eventuell lösen wir das Ganze dann auf Instagram auf. Genau. Wenn da ein paar geile Ideen zusammenkommen. Jawohl. Und ja. Jawohl. Seid's aktiv in den Kommentaren. Wenn's euch gefallen hat, lasst's ein Like da. Abonniert's unseren Channel. Und was müssen wir sagen? Kirchenglocken. Genau. Dass ihr nichts mehr verpasst von unserem zukünftigen Content. Jawohl. Bis dahin. Bis zur nächsten Episode. Und haut's rein. Ciao. Servus. Wunderschein. Be ready. Be ready. Okay. Bis zum nächsten Mal.